Yo, was geht ab zu uns Leute? Wir machen heute die Extreme Beer Pong Challenge. Die Regeln Wasser minus ein Punkt, Bier plus ein Punkt, Waldmeister plus zwei Punkte und finally Vodka fünf Punkte. Entweder mein Bad kommt ab oder mir wird der Kopf rasiert. Das kann beides scheiße sein. Fangen wir an. So, Challenge Nummer eins im Sitzen aufhopsen und dann in die Becherin rein. Fanger. Sehr gerne. Yo, das ist ja unmöglich, man. Halt den Maul. Ja, definitiv. Hey, ich bin so schlecht. Ich will keine Glatze, auch wenn sie schon wächst. Du Schalein! Zwei Punkte! Nicht viel. Zwei. Da ist er drin. Sehr gut. Lecker. So, noch zwei Würfe, dann wird der Standort am Becher gewechselt. Bis jetzt bin ich am Verlieren. Zwei zu los. Oh Gott. Joooo. Der war ja gar nicht so kies, Mann. Der Boden ist auch krum. Ja, der Boden ist krum. Genau. Jantz war von Poplar. Huh, nein. Challenge Nummer zwei. Cassen fängt ab. Schon wieder, aber... Fang an, man. Du bist hier hinten dran. Ich hab plus zwei Bummen da, also. Plus zwei. Ach so, gegen die Wand und dann in die Becher hinein. Jaaa, Gott sei Dank, ich mach. Oh, wie knapp, man. Oh mein Gott. Ach Gott sei Dank, man. Okay, sehr gut. Surprise Motherfucker. Yeah, bloß eins in vier. Zwei zu eins. Vier. Du 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 du. Schlecht. Mann ey. Versager. Ja. Der war ganz schlecht. Mann. Ja. In den Wodka plus Föhn. Mann. 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 Der Meister sitzt vor dir. Scheiße. Xu, der is hier. Waaah万. Ich will mein zwar nicht here passieren. Ah, ja,ensy. Fagli, ist dein gesicht Pfarr. Alter. Mhmmm. Das ist Läscher. Das ist richtig Läscher. Ganz laut, Mann. Nur noch zwei Becher. Ich würde sagen, diesen Platz habe ich gewonnen. Ah, scheiße. Oh, ich darf. Ja. Ja, da ist noch ein bis zweier Wasser, oder? Ah, halt zwei, Mann. Nur so eins. Oh, Mann. Oh, Mann. So, ich würde mal sagen, du hast verkackt. Ah, scheiße, Mann. So. Okay, Champions noch mal drei. Standard Bierpong. Steht's. Auf geht's. Es steht. Du ein Punkt, ich. Sechs. Als Mann. Oh, Mann, du hast mir das eingehessen. Scheiße, Mann. Hoppa, hoppa, hoppa. Scheiße, Mann. Das gibt's noch nicht, Mann. Oh, Mann. Komm schon. So, jetzt. Oah. Du! Duascht! Duascht! Oh, Mann, duascht dir gleich. Ja. Ah, nein. 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 6-6. Ja, das kann ich nicht verlieren. Mann, Barsch, bleibt doch vielleicht noch dran. Jaja. Wuhu. Ja. Ich freu mich. Ich freu mich. Ich freu mich. Ich freu mich. Leister. Ah, 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 ihr leistert. Schmeckt scheiße. Hahaha. Ich find's witzig. So. Ich kann das echt nicht mal hinschauen, Alter. It was at this moment that he knew. He fucked up. Yes. Halt der Maul. Yes. 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 Yeah. Hahaha. Zieht's euch rein. Los und. So, wie fühlt man sich? In ein paar Minuten badlos. Also ich würde sagen, ich fühle mich gut. Alter Maul. Ah. Acht Monate im Bad gehabt, ne? Ja. Jetzt ist er weg. Scheiße, ich hätte nachts noch das scheiß Glatzimmer. War gut. War gut. War gut. Sehr gut. War gut. Scheiße. Pass gemacht. Das war letzte Wort. Verabschiede dich. Danke Bart. Du warst ein dreier Freund. Du hast dir so wie Werbe geschenkt. Schöne. So. Jungs Mails. Ich habe verloren. Acht Monate. Fast neun Monate mit Bart. Jetzt kommt er ab. Carsten, wie fühlt man sich als Sieger? Sehr gut. Darab habe ich mir gewartet. Oh Mann. Scheiße. Gebt dem Scheiß Video einen dicken Daumen nach oben, wenn ihr meinen Scheiß Bart weg haben wollt. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge, wo mein Bart weg kommt. Tschau heute. Gut Freude.